Man stellt sich einfach einmal vor, man hat eine Scheidung oder eine Trennung, man ist in einen finanziellen Engpass oder in einen Erbschaftsstreit verwickelt, dann braucht es einfach einen Partner, der einen sicher durch diesen Lebensabschnitt führt und begleitet. Und in diesen Lebenssituationen ist professionelle Hilfe mit viel Verständnis und Einfühlungsvermögen gefragt. Ja, die Menschen kommen zu uns, weil eben die Immobilie in ihre aktuelle Lebenssituation nicht mehr passt. Wir holen zuallererst einmal zu und wir helfen dann, damit wir diesen Menschen dann die Immobilie verkaufen und die bestmögliche Lösung anbieten. Und bis jetzt wurde auch immer eine optimale Lösung gefunden. Davon zeugen die zahlreichen Empfehlungen der letzten zehn Jahre. Bei der Vermarktung der Immobilie ist die Gestaltung das Um und Auf. Und hier kommt Frau Knoll ins Spiel, die ein perfektes Händchen dafür hat. Es gibt das Sprichwort, wer die Braut verheiraten will, der schmückt sie. Das heißt, wir gestalten die Immobilien auch, bevor wir sie den Kaufinteressenten präsentieren. Und das machen wir aus diesem Grund, weil die Stärken einer Immobilie durch die Sitzen hervorgehoben werden, ein höherer Verkaufserlös erzielt werden kann und schneller ein Käufer gefunden wird durch diese Maßnahmen. Dafür ist Knoll Immobilien bekannt, sich mit voller Leidenschaft für den Verkauf einer Wohnung oder eines Hauses einzusetzen.